Hallo zu einem neuen Video. In der Welt der Datenverarbeitung ist Microsoft Excel zweifellos ein mächtiges Werkzeug. Einer seiner nützlichsten Funktionen ist die Fähigkeit, den Vergleich von Informationen in zwei verschiedenen Spalten zu erleichtern. Das ermöglicht eine effiziente Identifizierung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen den Datensätzen. Eine elegante Methode, das zu erreichen, besteht darin, Abweichungen farblich hervorzuheben. Und das sehen wir uns in diesem Video Schritt für Schritt gemeinsam an, wie man diese praktische Technik in der Excel-Tabelle anwendet, um deine Datenanalysen zu optimieren. Dazu habe ich uns dieses Beispiel vorbereitet. Und zwar haben wir eine Liste Einkauf 1. Darin befinden sich die Einträge Orangen, Äpfel, Bananen, Salat, Tomaten, Milch, Käse und Eier. Nun gibt es eine zweite Liste, Einkauf 2. Ebenfalls sind hier die Orangen, Äpfel, Bananen, Wasser, Nudeln, Reis, Käse und Eier. Wie du erkennst, gibt es sozusagen ein paar unterschiedliche Produkte in der Einkaufsliste 2, welche in der Einkaufsliste 1 nicht vorhanden sind. Beispielsweise das Wasser. Ebenso gibt es eben den Salat im Einkauf 2 nicht. Nun möchte ich mit der Technik in Microsoft Excel für die Unterscheidung eine farbliche Technik verwenden. Dazu wechseln wir in der Startmenü und darin gibt es nun in den Formatvorlagen eine bedingte Formatierung. Dort kann man nun verschiedenste Formatierungen anwenden. Datenbalken, Farbskalen und so weiter. Es gibt auch standardisierte Regeln für das Hervorheben von Zellen. Und genau das werden wir mit dieser Technik nun anwenden. Wenn ich nun diese Rubrik öffne, gibt es mehrere Varianten und darin werden wir uns jene ansehen der doppelten Werte. Ein Klick darauf öffnet uns ein weiteres Menü. Hier sehen wir nun, dass wir entsprechend der Zelle ein doppeltes Vorkommen mit einer bestimmten Farbe markieren können. Das bedeutet, ich gehe einen Schritt zurück, selektiere nun meinen gewünschten Bereich. Ich möchte ja einen Abgleich der eindeutigen Produkte bzw. im ersten Schritt der doppelten Produkte sichtbar machen. Dazu gehe ich nun auf bedingte Formatierung, Regeln zum Hervorheben, doppelte Werte und wie wir sehen, nehmen wir nicht eine rote Farbe, sondern eine grüne Farbe, sehen wir nun jene Einträge bzw. Produkte, die nun doppelt vorkommen. In diesem Fall Orangen, Äpfel, Bananen, Käse und Eier. Wenn ich nun aber das Umgekehrte wissen möchte, und zwar nur jene Produkte, die eindeutig vorkommen, dann gehe ich einen Schritt zurück und selektiere wiederum den gewünschten Bereich, bedingte Formatierung und dort wechseln wir wiederum auf doppelte Werte und können darin die zweite Option eindeutige auswählen und diese verwenden wir auch wieder eine grüne Füllung und bestätigen mit OK und erhalten nun in unserer Darstellung nur jene Produkte, die eindeutig auf der Einkaufsliste 1 und 2 vorkommen. Wie du siehst, kannst du damit deine Datenanalysen wesentlich verbessern und optimieren und an dieser Stelle bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.